Ich glaub, es kommt immer wieder. Sorry. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ARK. Wieder mit den grönenden Anfang von Kalypso. Tut mir leid. Ich schäme mich. Ja, wir haben ja voll motiviert in der letzten Folge Gertrude. Voll motiviert. Ja, wir haben eine Gertrude. Gertrude, das heißt auch gleich mal. Ja, nee, nicht schlecht. Was soll das? Ja, danke. Jetzt bin ich aus dem Konzept raus. Ja, was wir in der Folge machen wollten, ist eigentlich uns noch irgendwas sehen. Alles Gute, komm von oben. Zum Beispiel ein Tribe-Bus oder vielleicht auch ein Tribe. Wir müssen nämlich ein bisschen weiterkommen und brauchen irgendwas, was uns Bären sammelt. Was uns Bären sammelt. Ey, geh mal Bären sammeln. Tschüss. Ja. Und ich sehe da... Warte mal, stopp, 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 stopp. Da hinten ist so ein Skorpion. Ich habe ihn gesehen und ich habe gerade Level 40. Sieht doch schon besser aus. Ich habe ein bisschen an der Game-ini rumgeschraubt, ihr Lieben. Ha, 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 jetzt spawnen größere Level. Also, wenn wir sterben, dann ist es wenigstens... Du zuckst jedes Mal. Du zuckst auch. Na, wackelst? Ja. Hast ein bisschen Ruhe. Ach so, was wir brauchen ist... Wir müssen Narkotikbären sammeln. Gut, dann würde ich sagen, erstmal Bären sammeln. Auf Gertrude können wir eh nicht reiten. Dann müssen wir erstmal auf Level... Was war das? Äh, schieß mich tot, komm. Wo sind wir auf 45? Also 15 Level brauche ich noch. Das sieht aus. Du wackelst vorher, bevor da überhaupt das Beben kommt. Ja, oder? Ähm. Ja. Ja. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal... Bären sammeln. Ja, noch. Mit der Hand. Bären sammeln. Und danach ist alles leichter. Dort, dort. Mit der Hand. Wieder krabbeln. Es kann sein, dass es hier ja schon oft Level-ups gibt, weil... Äh... Uiuiuiuiuiui. Ach so, okay, deswegen... Ja. Das wird jetzt relativ oft Level-up geben. Ach so. Ja, ich musste eins noch runterstellen. Das ist mit... Meine Pelzer. Oh, das ist laut. Weil das ein bisschen viel ist. Oh, ich krabbel hier mal rum. Nee, aber das mit den Level-up ist gut. Das geht zu schnell mit den... Ja, aber doch nicht so schnell. Dann haben wir wenigstens bald einen Sattel. Na, ich krabbel hier zwei Büsche und ein Level-up ist ein bisschen übertrieben. Ja, ist so nice. Ist anstrengende Arbeit. Aber irgendwie kommt mir vor, dass die Büsche nicht mehr so lange stehen. Hm. Es hat... Irgendwas hat geklappt. Aber es ist noch nicht... Perfekt. Das ist nicht vernünftig. Ja. Es ist noch nicht richtig. Narko-Bären kommen jetzt auf jeden Fall mehr raus? Oder lasse ich es einfach so? Narko-Bären kommen auf jeden Fall mehr. Davor war es ja ein bisschen weniger. Ja, und mir ist gerade was aufgefallen. Wir hatten ja auch schon eine ganze Weile Probleme, dass ich im Hintergrund immer mich gehört habe. Oder... Also Tonprobleme. Tonprobleme, genau. Und ich habe jetzt Voice-Meter ausgeschalten. Ich hatte ja im Hintergrund noch Voice-Meter zu laufen. Mal gucken, wie es so ist du. Ich bin gespannt. Und ich muss sagen, ich höre ab und zu mal auch Geräusche noch. Ja? Ja. Na... Hm. Es war jetzt nicht so häufig wie, ähm, die letzten Male. Okay, wir haben jetzt erst seit drei Minuten gespielt. Aber, ähm, ich höre trotzdem irgendwas noch im Hintergrund. Also Leute, da ran sind wir noch, äh, am Werk gehen und tüftehen. Es wird noch gebastelt fleißig. Wird noch gebastelt. Angenehm gebastelt. Wir wissen immer nicht, ob es von mir kommt oder von Kalypso. War ja der Meinung, dass Kalypso dran schuld ist. Ich wollte immer alles auf Kalypso schieben. Kalypso ist schuld, Leute. Punkt. Nee. Kalypso ist schuld. Nein. Lebt damit. Nein. Na doch. Sehe ich gar nicht ein. Wer eine angebliche Fürstin sein würde, ist halt einem sowas schuld. Äh. Aber doch nicht bei Ark. Doch. Nein. Achso, keine Fürstin, ja stimmt. Du bist für mich nie eine Fürstin gewesen. Haha. Kalypso lebst du noch? Ja. Ähm, sie redet nicht mehr mit uns. Doch. Freiraum. Komm, wie lässt du denn über Kalypso? Haha. Nee, ich hatte hier grad Probleme. Ich drücke nämlich hier auf O, um das schnell raus zu befördern, aber es wollte gerade nicht. Und ich hab gedrückt und 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 gedrückt. Und? Soll ich noch weitermachen? Nein. Gut. Auch erstmal dran gewöhnen. Ja. Äh. Die Einstellung hab ich ja gerade erst gemacht, ey. Hat bestimmt Schluck auf jetzt der Server, ey. Äh. Keine Ahnung, ob wir das dazu brauchen. Ähm. Wird in die Luft gesprengt. Machen wir ein bisschen so. Und so. Oh. In der Welt bin ich denn jetzt eigentlich? Kann ich? Mh, 28 laufen durch, aber ist immer noch ein bisschen wenig. Sehbischwindigkeit hab ich hier auch höher gemacht. Kreis. Ich hoffe, dass es funktioniert jetzt. Also, wo drin steht's? Als ich ihn gestartet hab, startst du in der Gameini? Schau mal, der hat einen Namen. Ich will so ein Hühnchen ziehen. Ja? Ähm. Äh. Wie? Was für ein Vieh ist das da hinten nochmal? Was für ein Vieh? Gerdrude. Ah, ne Ratte. Sieht nicht mehr, was du bist, oder? Ne. Doch. Du musst in den Inventar. Da steht's oben irgendwo. Ah, ok. Was wollt ich denn? Äh. Ravatscha. Kamina. Ravatscha. Die Narkotik durchläuft. Jetzt auf einmal auf 47, ey. Wer ist auf 47? Alles in Ordnung. Der Sattel. Ähm, wo willst du die Bären hin haben? Gleich im... Ja, schmeiß hier rein und klick an, was anzuklicken geht. Wie wenig hast du denn gesammelt? Ich hab 100 noch was gesammelt. Boah, bist du lame. Ey, das ist schon fetter am Laufen. Was stimmt nicht mit dir? Du bist so lame, ey. Level up. Haha. Hast du mich grad geschlagen? Nein. Natürlich. Nein. Mhm. Nein. Mhm. Mhm. Es wird dunkel. Hab ich gar nicht. Oh. Ja, das hab ich wartet, das hab ich auch wartet. Ich will auch mit ner Wunderkerze rumlaufen. Zu Silvester bekomm ich ja sowas nicht mehr. Bin aus dem Alter raus. Du, wollen wir mal was ausprobieren? Nein. Ja. Da hinten ist doch diese perverse Pflanze. Ich will mal wissen, was die macht. Ja. Okay, ich guck zu. Am Tag. Da müsste... Jo, die Nacht rennt. Okay, hat er irgendwie genommen. Das, was ich da irgendwie eingestellt habe rumgewurschtet habe, hat er enorm. Die Nacht ist am Rennen. Obwohl das ja hier nachts richtig schick aussieht. Okay, an dieser Stelle... Leuchtet's nicht so? Hi. Hi. Das ist eigentlich hell genug und muss ich das noch heller stellen für euch. Egal. Ich fuhr mir jetzt nicht an der Gamma rum, weil dann sieht's am Tag wieder so ein bisschen blass aus. Blass. Wo ist hier so ein Hühnchen? Ich will hier mal so ein Gebratenes reinstecken. Wir gucken, ob die Zehngeschwindigkeit... Hier waren lauter solcher Hühnchen. Ja, ich hab aber alle Dinos gekillt. Ach übrigens, ja. Aber dann kam ein Spino. Was? Ja, dann kam ein Spino und dann waren die nicht mal da. Hab ich das eigentlich schon erwähnt, dass sich die Dinos hier gekillt hat? Ihr Lieben, gerade eben gekillt, die Dinos dann mit die Level hier. Spawn, die vernünftigen. Also die Level, die hier rumgegeistert sind. So 16, 2, dass die weg sind und halt Platz machen für die hohen Level. Die Raptoren Level 2 haben mich so oft gekillt. Die sind jetzt weg. Ich hab sie vernichtet. Diese Schmach. Und jetzt müssen wir mal gucken. Spawn die... Naja, keine Ahnung. Die nichts. Ich auch nicht. Aber zu Glück leuchten die Viecher ja... in der Nacht. Ja, das ist das einzige Gute. Und wo muss doch hier so ein Hühnchen rumlaufen? Ich glaub, die müssen erstmal spawnen. Ja, natürlich. Alles weggemacht. Also ist es hier sicher. Ah, da will ich mir nicht so sicher sein. Ich hab das auf jeden Fall weggemacht, ihr Lieben. Und dann war ja noch so ein... Da ist glaub ich gleich ein Kroko unten gespawnt. Und dann hab ich gleich mal geguckt, was das für ein Level war. Das war 120. Aber ist das jetzt ein High-Level? Ist das 120 jetzt High? Ich weiß es nicht. Lass uns überrasen. Könnte aber 150 High-Level sein. Ich weiß es nicht. Ich will nicht Pilze. Wieso gibt's hier so viele Pilze, Mann? Ah, Pilzsuppe extra für dich. Arg mal anders. Nix Dino. Mit Arg? Was? Arg anders. Du willst Pilze sammeln? Du willst Pilze sammeln? Ich mein, äh, Bären sammeln. Vor mir sind rote Pilze, deswegen war ich kurz auf Pilze fixiert. Ah. Ah, das sieht doch schon ganz gut aus, was hier durchläuft. Sehr schön. Ah, dann haben wir die einfach... Nein, haben wir nicht. Die hauen wir hier rein. Die kommen weg. Das hauen wir hier rein. So. Ach, das ist ein Pilz. Ich dachte, das wäre ein Dino. Das, 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 das. Das brauchen wir demnächst jetzt gleich für so ein Pflanzenviech. Das schmeißen wir raus. Das ist eine Melanze, die brauchen wir noch nicht. Hoffe ich noch neu. Und dann brauchen wir, dann ist das Gebrüll groß, ne? Wir machen nochmal ein... Hier, damit schneller durchläuft. Läuft, 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 läuft. Assistenz. Hör auf, dich hier auszumühen in der Bude. Hab ich gar nicht gemacht. Beweise. Oh. Level ab. Warte. Was auch immer. Gibt's hier eigentlich Eisgebiet? Feingelassen von Kalypso Level 42. Stimmt nicht. Server's Buggy. Stimmt gar so gar nicht. Ich protestiere. Natürlich. Bist du in der Nähe? Ähm, nein, ich bin gerade kurz... Achso, ja, ich bin in der Nähe, aber draußen. Gut. Zieh dir's ordentlich rein. Frechers. Danke. Ähm, was lebe ich denn? Ja, geht alles schneller, Heli? Ich will so'n großes Vieh zähmen. Ich möchte alles zähmen. Ich steh auf zähmen, ey. Na, oha. Oha? Wieso, oha? Die Bude wird voll. Aber wir werden ja auch nicht alt, ne? An dieser Stelle werden wir nicht alt, weil die Stelle ist einfach zu klein. Wenn wir große Viecher zähmen, wo willst du sie hinstellen? Ins Wasser? Nein. Ne? Wir kriegen die kalte Füße, Mann. Kalte Füße. Unter Blasenentzündung. Natürlich. Äh, Level 50. Oh, Moment. Waaah. Was ist Level 50? Was sieht der in Elbenauge? Wenn Kabel immer noch ins Koppeln. Ich kann so'n Satte machen. Cheater. Ich kann Satte für so'n Hühnchen machen. Gönn dir. Aber das Vieh Gertrude ist eigentlich... Eigentlich können wir das Vieh aufgeben. Ja, aber es kann... Gut für den Anfang können wir das ja noch gebrauchen. Lass es doch durch den Kampf sterben! Aber ohne Sattel, ey. Ressourcen. Ähm, ich muss es sicher in der Workbench machen, oder? Guck' wir mal. Kalips macht hier wieder mal voll Party. Na, logisch. Man wird nicht eigentlich bei Tarkir. Ich dachte, wir brauchen 285 Leder. Jetzt rannte ich Zeit aber nicht so. Irgendwas habe ich... Irgendwas muss ich noch einstellen. Und wir brauchen diesen Baum. Diesen Pilzbaum, oder was das auch immer ist. Finger weg von Pilzen. Der sieht doch aus wie so'n Pilz, äh... Baum. Kann man dich... Oh, das sind ja auch Pilzestrottel. Ist hier irgendwas in der Nähe ein Pilz? Ja. Ah. Ja. Weißt du eigentlich, du müsstest so wie bei Dark and Light hier so'n, so'n Elfen-Ding sein. Wieso? Und nicht hier mal so Kerzchen anmachen. Na, Kerze, ähm... Weißt schon. Achso, ja. Jetzt... Damit du das nicht halten musst. So. Sorry, ey. Ja, ja. Ich komm nicht mehr vorwärts. Voll und cool. Äh, Stein schmeiß ich weg. Äh, Pilz. Kann ich auch wegschmeißen. Äh, weg, weg. Jetzt kann ich laufen. Jetzt kann ich... Äh, jetzt kann ich... Äh, jetzt vielleicht auch bisschen... Ja, danke. Lichter machen. Ja, dann siehst du mehr. Alter, noch ein Level ab. Läuft bei mir. Na, kam dir immer auf die Fresse, so. Sorry. Ah! Ich drück A, um mein Inventar zu leeren. Haben wir Haut? Ja, auch von der Kiste. Ja, auch von der Kiste. Da haben wir noch. Mal rumliegen. Oh, das reicht ja alles super. Sehr schön. Soll ich das Ding anlassen, oder soll ich es ausmachen? Äh, wie du magst. Level up. Cool. Ist ein bisschen schnell, oder? Ja gut. Wenn du noch mit nem Level so klein bist, dann... Level up. Ich meinte eigentlich, äh, das hat er gebaut. Oh. Sorry. So. Hier hast du ein bisschen... Komm, wir machen dich mal ein bisschen auf Nahkampf, ne? Hab ich auch schon gelevelt, Nahkampf. Wie wär's mit ein bisschen labbenn? Okay, labbenn. Ah, warte mal! Setz dich mal rauf! Setz dich mal rauf! Setz dich auf das Vieh! Ich lass... Ich hab doch die Narkotik angeklickt. Klickt er die Punkte? So früh! Ja, ähm, ja. Fünf Stunden später. Entschuldigung. Warte, du bist in deinem Inventar, du Arsch! Warte, du bist in deinem Inventar? Nice. Ähm, keine Ahnung. Machen wir mal ein bisschen davon. Ach, total Schwachsinn, das jetzt zu leveln? Egal. Vielleicht machen wir dann nochmal... Bewegungsgeschwindigkeit. Alter, wer hat hier geschissen. Ich war's. Ey, du bist so eine Sau. Und das in einem Let's Play, ey. Ich war das nicht. Schäm dich. Ich war das nicht. Schäm dich. Boah, krass. Das warst du. Bitte? Sonst würdest du mich nicht so krass beschuldigen. Alles klar, Calypso. Hm? Was denn? Okay. Ja? Merk ich mir. Ey, ich habe nichts gemacht. Hör auf zu knabbern. Levelst du mich schön? Ich level dich nicht. Ich guck grad bei mir rein. Was ist das? Du sollst das Vieh unter mir leveln. Ich? Wow. Ein Level. Die Öhrchen. Total tubig. Dann bau doch mal, ähm, Decken. Decken? Dach. Ja, und dann? Damit das Vieh levelt? Ja, da bist du schlau gewesen. Warte mal, was brauche ich denn? Ich glaube Holz. Huch. Was? Ich bin schon weg. Kann das Vieh springen? Ja, das Vieh kann ich springen. Haha. Natürlich kann ich springen, wieso sollte es nicht springen können? Ähm. Weil alle Dinos nicht springen können? Ähm. Äh? Na ja, nicht alle. Hä? Was? Das war's schon? Ich muss da irgendwo einstellen. Danke, ich habe ein Level ab. Solange die schnell spawnen hier. Ist so schick. Das ist ein Dekobaum, den wollen wir nicht. Dekobaum. Link lässt grüßen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass du so springst. Sag mal. Bist du? Oh. Rammel doch hier nicht so rum. Ich suche einen Baum. Das ist auch wieder ein Dekobaum. Hier. Oh mein Gott. Warte. Keine Ahnung, wie viele laufen durch. Drei Stück nur? Was? Warum so wenig? Wenigstens haben wir jetzt einen fahrbaren Untersatz, mit dem wir wenigstens ein bisschen Verteidigung haben. Total toll. Ah, Kalypse, du bist raus. Na, ich habe keinen? Ja, lebt damit. Warte mal, was fehlt denn mir? Hm, immer ist es Holz, was fehlt. Wieso fehlt eigentlich immer Holz? Dafür bekommst du ja wieder ein Level, weiß ich, wie hoch der auch ist. Level 120 oder 150. Ein High Level. Ja, ich bin Admin. Guck mal. Da. Ähm. Da hinten läuft ein Spino. Wo? Geradezu. Guck ich richtig? Ja, da musst du, äh, nee, du musst da hingucken. Da leuchtet er da hinten. Im Wasser. Im Wasser? Im Wasser? Ja. Pilze. Ich sehe hier nichts leuchten. Rechts von dir im Wasser? Ah, da. Und da ist schon wieder so ein Wäschefuzzi. 24 ist aber nicht das passende Level. Ah. Scheiße. Sorry. Der Spino da vorne ist Level 232. Es tut mir leid. Was hab ich reingeschrieben? Ach du Kacke. Scheiße. Ich geh mal kurz in meine Hütte heulen. Ich muss sagen, ob ich ein bisschen was würde runterschrauben. Das ist mal ein bisschen hardcore viel. Den müssen wir haben. Äh, weißt du wie viel Akkortik der schluckt und gleichzeitig noch Brauch um, naja, du weißt schon. Ja. Die Pflanze, die Pflanze da hinten ist so widerlich. Ja, stimmt. Da ist immer noch Nacht. Du hast mit der Zeit. Du hast ja Licht an, ne? Ja. Nimm mich. Hallo? Oh, muss... Die ist pervers. ...anpassen. Es ist so... ...eklig schleimig. Die will ich nicht. Sie hat recht. Sie hat recht. Sie hat recht. Sie ist nichts Ungenießbares. Was? Du kannst mich mal. Ich dachte, die tut hier irgendwas... Alter, Pizze. Ich dachte, die tut hier irgendwie, weiß ich nicht, mich einkesseln oder so, mich dehnen, mich auslutschen oder so. Sie weiß, was Geschmack ist. Ich bin ein ganzer Geschmack hier. Wo ist unser Haus? Immer zum Grün hin. Ih, die hört sich echt pervers an. Ja, oder? Ey. Mach mal Platz. Alter, die springt aber hoch. Ich seh gar nichts. Kann die noch irgendwas? Klettern oder so? Naja. Das Viech? Probesorisch. Hier. Moment. Ey. Komm, ich komm da! Ich komm! Ich komm! Ich komm! Es habbert an zwei Teilen. Geht der gar nicht. Was haben wir denn? Wir haben jetzt 121 Pfeile. Ich meine nach oben. Wartest du da noch umgucken? Ja. Ja, ich weiß, du bist oben gelandet. Meinst du, wir kriegen so'n... Wir kriegen so'n Schweig... Du... Du... Naja. Wir müssen erst mal einen finden, ne? Ich weiß, wo welche sind. Aber wie gesagt, da sind auch Aptoren. Und wenn das Level 200... Warte, 232? Ja. Das ist... Das ist... Das ist... Und es darf kein Fleischpresser finden. Ich muss... Ich muss das runterstellen. Alles Gute, kommst du wieder von oben. Ich muss das runterstellen. Das ist ein bisschen hardcore. Vielleicht sind wir auch in einem Magen von einem Riesen-Alien. Und ich hab Hunger. Ja, natürlich. Und was schüttelt der jetzt ab? Hormone? Das ist doofa. Ich hab irgendwie ein Nebbel ab. Achte mal darauf, äh... Da ist ein Spino! Wo? Geradezu! Naja, nicht geradezu, sondern, äh... Er ist verschwunden. Der war da gerade. Guck, meine Folge! Ne, das glaub' ich dir jetzt nicht. Es muss mal wieder Tag werden. Was ist da mit erzählt? Okay, da musst du dir meine Folge angucken. Und da läuft er, glaub' ich, immer noch rum. Ja, da hinten läuft er. Ich... Warum kann ich nicht ranzoomen? Ja, ist ihn sogar. Weil wir hier im falschen Spiel sind zum ranzoomen. Na, stimmt. Da war ja irgendwas. Wir müssen irgendwie da rüber. Wim? Vielleicht sollten wir eine Brücke bauen. Mit dem Holz ist so ne Sache, ne? Dieses Holz ist doof. Oder du willst mit Vollkaraho rüber mit, Gertrud. Da hinten ist ne Kiste. Wo? Wollen wir einfach rüber? Also die Pfeile hab' ich ja schon in der Tasche. Die Bären hab' ich auch da. Weißt du Bescheid? Äh, ja. Wir werden sterben. Aber wenn du willst... Die Piranhas werden ja schon hardcore. Ich kann ja rüber springen mit... Naja, und ich muss versuchen hinterher. Gut. Wie, bist du schon... Ich mach doch mal einen auf Speed, ey. Die schwimmt glaub' ich was hinterher. Schaaah, da schwimmen die drei Teile hinterher. Na toll, in die Richtung. Toll. Kommt her! Hier! Wo sind sie denn hin? Keine Ahnung, geht's gleich hinter mir her. Ich komme! Nein, du bist sicher. Nein, du bist sicher. Die Gute macht kaum Damage. Ich weiß ja nicht, was für ein Level das war. Acht. Nicht, nicht Gertrude. Achso. Der Piranha. Achso. Was ist das für Musik? Sag mir, dass es dein Magen war. Sag mir, dass es dein Magen war. Nein. Ich hab kein Geräusch gemacht. Also, wenn ein Raptor kommt, dann... Dann gehst du natürlich mit Gertrude vor, ne? Ich hab auf dem rechten Ohr so ne komische Musik. Angst, tschüss. Wieso rechts? Da lang. Ich hab keine Muppe. Ich hab nur deinen Fuß getrabbelt hier. Pass auf hier. Hier hab ich diese Trikes gesehen, rote Pilze. Ist das ne Kirsche? Warte mal. Ich hör es aber ganz, ganz schwach. Und ich wette... Vom rückwärts zu mir hin, da ist ein Vieh. Links, ne? Gertrude zwei, ja. Warte mal, ich guck mal Level. 24. Die krabbelt aber noch hoch. Der Raptor kommt auch auf uns zu. Auf uns zu? Ja, mit dem Para. Das sind doch Glocken. Ich... ich hör es auch. Aber hier waren sie. Ich hab's gesehen. Die waren hier. Da sind zwei... 64. Na, eigentlich müssten wir uns ja noch ein Vieh ziehen, damit du auch vorwärts kommst, ne? Ja, na klar. Hier gibt's nur Fleischfresser? Auf jeden Fall ist hier irgendwas. Da oben ist... Ist da oben ne Kerze? Licht? Keine Ahnung. Aber wir sind hier umsonst drüber geschwommen. Sag mal, wir würden das... Wollen wir zur Zeit gut... Wollen wir zur Zeit gut... Den Glocken gehen wir auf jeden Fall irgendwann auf die Spur? Ja, mit Sicherheit. Aber da hinten war noch ne Kiste hier. Pilze. Oh, danke. Bitte. Denk an die Krokus. Hier war ich ja schon dran. An dem Ding. Äh... Ja. Nein! Doch. Da ist ne Kiste da hinten. Was ist das? Ein Skorpion ist da einmal und ein Spino weiter hinten. Da ist was tot... Ach, da ist... Oh, ein Dodo! What? Dann müssen wir mitnehmen. Haut! Aber was hat das getötet? Gute Frage. Das ist äh... Der Skorpion. Meinst du? Warte, ich geh mal... Ich schleiche mich mal hin. Ich komm natürlich mit dir. Das war's? Wollen wir hier mal weiter gucken, ob wir irgendwas... Päze sind links von dir. Wo? Rot. Da hat sich grad ein Skorpion gefreut. Ich weiß nicht, vielleicht kriegst du das ja... das Vieh umgenietet. Mit nem Skorpion renne ich hier nicht durch die Gegend. Skorpion ist ein bisschen langsam. Skorpion rennt woanders hin. Skorpion ist doof. Ja, ist klar. Alter, roter Pilz. Der verströmt aber gerade nichts. Ich bin drüber gesprungen. Krokodil. Wo? Geradezu. Level? Warte, ich gucke. Ich nute auf jeden Fall die Kiste mal schnell hier. 56. Weiß ich nicht, 56? Meinst du? Äh, musst du wissen. Du hast die Pfeile. Ich kann eigentlich jetzt gerade nichts machen. Ich hab 121 Pfeile. Da ist ein Spino und noch ein Kroko hinter dem... Okay, der Spino catch gegen Kroko. Kroka? Ich weiß... Kroka? Ich schieße das viel mal an, ja? Meine Aussprache ist heute wieder scheiße. Soll ich das viel anschließen? Mach das. Ich... Okay. Vollfett daneben, oder wie? Ja. Muss ich jetzt höher oder... Ich mach mal direkt drauf. Ja, okay, ich muss höher. Ist der hinterm Baum? Ja. Okay. Ja, ist hinterm Baum. Ach du! Oh, Spino-Welt! Ah, war richtig. Oh, da kommt mir ein Spino. Aber wir haben keine... Ich hab keine Narkotik. Ne? Um die weiter schlafen zu legen, wenn wir die haben. Ist ungünstig. Wir haben links von uns ein Spino. Da ist ein dritter Spino. Ich hab... Geradezu zwei. Und rechts von uns ein Spino. Das heißt, wir haben eine Arschkarte, wenn sie uns registrieren. Vier Stück. Ja. Ich glaub, das Kroko kriegen wir ja narkotisiert. Aber kriegen wir's denn auch da weg? Problem ist, der wird vom Spino aufgefressen. Meinst du? Aber der andere Spino ist da auch gerade weg. Catchen die miteinander? Ich weiß das nicht. Sind die nicht Freunde? Der Spino ist auf jeden Fall bei mir in der Nähe. Und frisst da jetzt irgendwas im Fluss? Mhm. Ohohohohohohohoho! Der ist direkt hinterm Baum, wo du stehst. Ah, ich habe ihn gehört. Ähm, ich habe kein Fleisch dabei. Ähm, hier, Gerdrude hat noch ein bisschen Fleisch. Okay. Okay, Kroko ist, glaube ich, fertig mit Essen. Was hat denn eigentlich der? Der sieht chic aus. Was hat denn der eigentlich für ein Level? Okay. Wo ist denn der andere Spino hier? Hier sind so viele Bäume, hier können wir den abstreifen, abschütteln, wie auch immer. Na, ich kann, wie gesagt, jetzt eh nichts machen. Und wir sind gleich bei 30 Minuten. Jetzt sag mir nicht, dass Kroko ist da hinten. Ja. Ganz da hinten. Ja. Das ist hart. Das ist sehr hart. Das ist sehr hart. Ich würde sagen, wir haben eine Aufnahmepause und dann gehen wir, was ist denn da hinten? Irgendwas, hier ist auch irgendwie ein Schwanz. Da ist auch ein Spino. Sag ich doch, rechts von uns ist auch ein Spino. Du hörst mir nie zu, kann das sein? Aber Level 16. Ich dachte, du meintest... Nein, meinte ich nicht. Aber ihr Lieben, wir werden hier eine ganz kleine Aufnahmepause machen und wir werden weiter versuchen, in der nächsten Folge irgendwas zu sehen. Ja. Wie eh und je. Wir bedanken uns jedenfalls für's Zusehen und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.